Hey Leute, mein Name ist Bergtussi. Ich hoffe euch geht es allen gut. Jeden Samstag verschenke ich irgendetwas aus dem Itemshop und irgendjemand bekommt das Ganze random und kann sich darüber freuen. Diesmal habe ich das Ganze sogar recordet, weil, ja, ich weiß nicht, jedes Mal vergesse ich das auf Recording zu drücken und diesmal habe ich es aufgenommen. Und ja, wenn der Gewinner heute noch nicht online war, kann er es auf jeden Fall in einem Video sehen. Leute, wir sehen uns im nächsten Gameplay bzw. im nächsten Video, was heute natürlich auch noch kommen wird. Ja, und das nächste Mal am Samstag bei der Random Verlosung. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.